Musik ist Trumpf, Musik ist Trumpf. Also das eine bist du, guck mal. Rechts mit den, rechts mit den Locken. Genau, das bist du, ja. Du hattest eine Hirnentzündung. Dein biografisches Gedächtnis, also du erinnerst dich nicht an sehr viel. Das bist du, während deiner Studienzeit. Und das bin ich auch. Das ist deine Mutter. Ah, lachen. Amütiert. Können wir da hoch? Du nicht. Warum? Weil du Höhenangst hast. Höhenangst? Seit wann? Ich fühle mich irgendwie seltsam. Ich glaube, das machen Sie. Irgendwas ist anders heute. Ja. Was habt ihr gemacht? Wir waren in einem Café und dann haben wir zusammen geschlafen. Ich habe Lena geliebt. Verstehst du denn das nicht? Du kannst Lena nicht einfach spielen. Es gibt doch immer eine Lücke. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ich auch nicht. Prozedurales Gedächtnis. Ah. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020